Okay, dann machen wir hier noch ein Dingfeld für den Bambus und setzen die zwei Bäumchen. So. Okay, schön. Wir brauchen aber Essen. Wir müssen Essen mitnehmen. Immer Essen mitnehmen. Chili. Okay, wir machen hier mehr. Ah, können wir wieder abbauen. So ein Scheiss. Hmm. Okay. Ja, es wird wieder dunkel. Jetzt können wir eigentlich in die Mine gehen wieder. Wir brauchen noch mehr Materialien. Nehmen wir den hier mit. Okay, der halt auch nur anfängt. Was haben wir denn hier? Infosium. Hm. Komm nicht. Leben bitte. Okay. Wenn einer weiss, wieso als Frebs manchmal so leckt bei mir, dann wünsche ich eine Antwort. Schon irgendwie wieder das Geräsch. Oh, hier ist Basalt. Schön. Nehmen wir das Basalt hier mit. Hier ist immer dieses Geräsch. Komisch. Sind das die Zombies, die das Geräsch machen? Das muss hier drüben sein. Von hier kommt das Geräsch. Komm, Geräsch. Jetzt ist es hier drüben. Ah, es ist ein Vergiftungssymbol bei der Maus. Ich habe keine Ahnung, was es soll. Und ich sehe auf der Minimap auch kein besonderer Gegner. Der haut ab, irgendwie. Keine Ahnung, was es sein soll. Hier haben wir schön viel Kohle. Sehr gut. Wir brauchen später viel Kohle. Jetzt ist er wieder da. Da sehe ich irgendeinen Zombie mit grossen Augen. Könnten aber auch diese Fakken sein, oder was? Keine Ahnung. Hier ist Seelstone. Osmium. Fragezeichen. Hier sind die Rubine. Cool. Oh, cool. Können wir sehr gut gebrauchen. Und hier ist Uranium. Wer es sich mit Chemie auskennt, weiss wieso, wann das braucht. Eine Essence, Magic Essence. Okay. Dann haben wir hier Finteumor. Da kann man uns sehr schön durchbauen. In das Kohle. Wir sehen wo ein Zombie. Willen wir besuchen. Hier ist auch wieder Winter hier rum. Er kommt hier. Mal ein bisschen zoomen. Jetzt ist oben oder unten. Geht es weiter. Wahrscheinlich schon oben. Jetzt müssen wir aber einen Ausgang suchen und finden. Sonst ist unsere Spitzhacke kaputt. Das ist nicht so gut hier. Ja, jetzt sind wir in der Sackgasse. Jetzt müssen wir noch einen Ofen machen. Oder nein. Müssen wir nicht. Wir müssen nur eine Steinspitzhacke haben. Wir müssen nur eine Steinspitzhacke haben. Wir müssen auch noch Heid. Ja, sorry. Ich muss nicht auslassen. Okay. Hier ist auch ein Angry Zombie. Aber nicht so ein starkes. Zinnobererz kann ich nicht mitnehmen. Ich brauche aber noch eine Shell-Fossil. Und das hier ist ein Zombie-Brainspitzhacke. Und das hier ist ein Zombie-Brain. Und das hier ist ein Zombie-Brain. Das ist auch hier. Dann muss ich die andere Richtung. So. Das kann man hier mit dir nicht abbauen. Aha, ich verstehe. Die Fucken fallen ab. Ah, das ist ja mega böse, wenn die Fackeln abfallen. Wieso fallen die Fackeln ab? Brauchen wir bessere Lampen oder so, damit die nicht abfallen. Und dann auch dieses komische Geräusch. Das ist jetzt aber böse. Jetzt checke ich das. Okay. Das ist schon fast unfair. Ich weiss nicht, wie es nach oben geht. Das müsste hier eigentlich sein. Hier. Schuhe. Sie heint sich so schnell. So, jetzt. Puh. Ich weiss auch nicht, was wir jetzt so tun sollen. Ich komm nicht mehr raus. Hier auch nicht. Hier oben. Habe ich jetzt wirklich was übersehen? Da vorne ist, ist das Teil. Die Markierung. Ah, wahrscheinlich hier. Ja, okay. Wenn man keine Markierung hat, dann ist es natürlich scheiße. Das geht auch kaputt. Deswegen war das kaputt. Mist. Wieso geht in diesem Mod alles kaputt? Ich verstehe von hinten bis vorne nicht. Wieso machen das die Mörter? Was ist der Zweck daran? Das ist doch schon scheiße. Scheiße, Inge. Puh. Jetzt können wir es wieder nicht pflanzen. Ja, dann setzen wir halt nur Weizen. Die haben sowieso am meisten. So, machen wir nochmals neue Kisten. Dann müssen wir schauen, was wir für Lampen machen können. Irgendwas müssen wir doch machen können. Irgendwas könnten wir es mehr machen können. So, was haben wir hier? Uranium, Silber. Und Piotium. Kupfer. Ja, Kupfer bräuchten wir. So. Wir machen hier zu. So. Machen kurz noch eine... Wir haben kein Eisen mehr. Wir haben alles Eisen vergeudet. Nichts gefunden. Wir haben alles Eisen vergeudet. So. 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 Wird halt schwer. Also schauen wir mal, was es für Lampen gibt. und wie man die herstellt. Detektor. Hier gibt es zum Beispiel Lampen. Die sind von Railcraft. Die sind aber wahrscheinlich zu schwer zu herstellen. Mal kurz schauen, ob... ein Rezip-Mode ist nicht drin, okay. Dann ist wahrscheinlich der Rezip-Mode drin. Dann werden wir mal nach Lampen suchen. Okay, es gibt verschiedene Artige Lampen. Ja, welche sind für den Tunnel am besten geeignet? Wenn wir hier ein Ding machen... Oh, da braucht Eisen viel. Und so eine Platte. Nicht gerade gut. Die brauchen Illumar. Und die brauchen Blockslab. Toll. Ja, was sollen wir jetzt machen? So, wenn wir weiterhin Fack-Instrumenten einfach... Dann immer wieder dahin tun. Und da kann man hier irgendwas in den Mods einstellen. Option... Multiplace-Nur-Presetting-Controls. Sonst werde ich den Mod einfach rausnehmen. Ah, das kann man mit Technik-Launcher nicht. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Es gibt keine Mod-Einstellungen. Nein. Ja, okay. Wir machen einfach so weiter. Aber das Geräusch kann gerne ein bisschen leiser sein. Aber das ist Wunschdenken. So, haben wir hier... ...ist noch... ...dieses Zeug. Hier haben wir noch was. Ein Raspberry. Ja, toll. Keine Kerne. Wir müssen neue Weizenkörner suchen. Ja, es ist schlecht, wenn so wenige Körner rauskommen. Hm. Schlecht, schlecht, schlecht. Okay, okay. Okay, okay. Kann man das auch anpflanzen? Hier drin? Nee. Okay, dann Setzlinge... ...hintun. Nein, du kommst hier nicht her. Also... Was müssen wir noch haben? Brauchen wir noch was Wichtiges? Ähm, wir fällen mal diesen Baum hier. Den Gummibarm. Ja, und das ist die Fackel gewesen. Mist. Ja, toll. Jetzt kommt schon wieder so ein kleines Schweinchen. Ja, toll. Jetzt kommt schon wieder so ein kleines Schweinchen. Was? Vielleicht sollten wir ihn anzeigen. Aber... oder? Also... ... Ach komm bitte, ich brauche ein bisschen mehr Essen. Ah ja, die Köbisse könnte ich noch anbauen. Aber dazu brauche ich dann mehr Wasser. Machen wir einen unendlichen Brunnen am besten. Und ja, nein, jetzt wieder Nacht. Das ist blöd. Das ist blöd. Ja. Okay, wir holen Wasser. Aber ohne zu lecken. Aber wir könnten hier einen Trick machen. So, und hier auch. Dann wieder zurückleeren. Jetzt haben wir einen unendlichen Teich. Fressen wir jeden Mist. Ah, das finde ich die Facken. Die ist so laut. Das ist immer so laut, das Geräusch. Wieso können die das nicht so leise machen wie der Original-Sound? Das ist doch ein Scheißdreck. Ja, der ist ja mega stark. Der findet natürlich nach oben. Der kleine auch. Der ist ja mega stark. Das ist ja mega stark. Das ist ja mega stark. Das ist ja mega stark. Tja, nicht gut. Gar nicht gut. HP 33. Das sind wahrscheinlich die Punkte, bis es zerstört wird. Okay, dann bauen wir hier einfach mal ein bisschen weiter. Wir haben ja Holz. So, fahren wir hier. Treppen nach oben. Ist nicht gut. So ist es gut. So, dann können wir hier dann wieder einen Eingang machen. Wie haben sie hier gemacht? Hier ist, ja, neuer Weg, äh, weiter beim Stamm und dann geradeaus. Okay. Jetzt sind wir ganz oben. Da ist ein goldener Skelett. Oder mit gelber Rüstung. Da ist ein Skelett. Hm.